Musik In den frühen Morgenstunden am heutigen Sonntagmorgen kam es aufgrund stark einsetzenden Schneefalls zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen und Behinderungen. Aufgrund der Schneelast hatten sich einige Bäume unter der Last auf die Straßen gelegt, sind abgeknickt und umgefallen. Die Straßenmeistereien und die Feuerwehren hatten alle Hände voll zu tun, die Schäden zu beseitigen. Wir gehen davon aus, dass die meisten Autofahrer von diesem plötzlich einsetzenden Schneefall überrascht wurden. Einige hatten bereits Sommerreifen aufgezogen. Wir sprechen hierbei von Einsätzen im oberen zweistelligen Bereich. Die Lage entspannte sich heute gegen Mittag, als der Schnee wieder begann zu tauen. Osthessen News Sehen, was bewegt Untertitelung des ZDFcess